hallo liebe leute wir sind hier wieder zusammen mit dem markus bzw dem zwiebelpeter oder aber auch atlas hallo guck mal wie er guckt hallo anlas hallo genau sind wir hier wieder in portal 2 und wir haben hier so einiges an leveln zu hups warum hoch warum stehst du gerade in der ecke ich bin durch höchtern ja genau gehen die ecke bitte nein quatsch genau wir müssen jetzt hier wieder in die demontage kammern ja und lassen uns mal kurz auseinander bauen um ins nächste level zu kommen ne so tun wir dies ja komm mal horridoo schwupps wird wieder die hüfte weggezimmert komplett zerlegt also ich meine so oft kann man so oft ist es gar nicht gut wenn man schrauben ständig raus und rein dreht irgendwann funktionieren wir glaube ich gar nicht mehr nach fest kommt ab weißt ja nach fest kommt ab das stimmt wohl ja so ich falle wieder nur noch die projektpläne finden nur noch oh mein oh mein sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein experiment um herauszufinden wie viel denkzeit ihr für die wertlosen dokumente verschwendet du scheiße auch guck mal da kommt immer so ein würfel durch gefologen ja da müssen wir hier glaube ich irgendwie die dinge aufhalten hier so also aber eins muss ich sagen ich mag die stimme von klar aus sehr ja die school glados ja ich weiß und die klingt übrigens auch im englischen irgendwie nicht finde ich sehr viel anders aber wie kommen wir denn dahin ich gehe mal kurz hier unten gucken was hier noch so am stüssel ist hier gehst du ja so okay let's let's walk stairs ach so jetzt bin ich unten ach guck mal hier ist auch wieder so ein laser und da müssen wir wahrscheinlich dann das teil was wir da aufgeschnappt haben ich bin jetzt hier völlig völlig umsonst hier irgendwie 400 treppenstufen runter geeiert ja wie kommen wir denn also hier ist ja so ein roter knoppes dran ne ja und da wären wir wahrscheinlich mal gucken was hier so in dem häuschen ist was ist denn wenn ich hier kann ich gar keins machen was ist denn wenn ich hier portale mache und dadurch fliege da ich bin hier hinten die treppe lang hier guck mal wo ich da guck mal hier wo ich stehe da ist da hinten da ist so ein rechner mit so einem laser empfänger und da muss ja sicherlich irgendwie der laser rein genau und dazu müssen wir mal den kübel kriegen der hier die ganze zeit durch fliegt ja genau und dazu müssen wir irgendwie hindurch kommen warte mal ich fliege mal eben wo fliegen sie denn hin ja weiß ich noch nicht ach so boink ja nicht weit was ist denn hier können wir da hinten irgendwie was machen ist ja noch irgendwie ach da ist auch noch was ne aber da kommen wir nicht hin ne ne wir müssen im grunde genommen da kommt ja schon wieder richtig toll an hier ja mega ne wir sind wieder voll fail deswegen liebt unser publikum uns auch ja ich hoffe es guck mal hier rein gehen oh warte ich komme mal eben rüber aber hier ist nix na super na nee da ist nur das laser teil ist nur der laser und den kann man ja nix schwupps kann man nix machen ausgerechnet jetzt habe ich so ein frosch im hals das irgendwie warte mal rabbit 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 ich muss ja irgendwo runterfallen damit ich geschwindigkeit ja ja genau und tamme pilner also hier ist ein portal okay und hier ist kein portal und was ist hier hier ist nichts wenn ich hier rüber gehen passiert nicht allzu viel kann ich denn da oben noch ein portal hinsetzen nö das heißt ich muss hier rein ich muss dahin und ich muss eigentlich hier runter aber hier kann ich kein portal hinsetzen da kannst du hier ein portal hinsetzen hier kannst du auch nicht mehr nein was denn das für ein kappes wir müssen ja irgendwie hier oben an den knopf kommen ja 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 aha aha look teddy what what yes yes so jetzt hier guck mal wenn wir jetzt hier so tun ja wo bist du ja nun das ist ein counter und dann geht der hoch okay das ist ein counter und dann geht der hoch dann fliegt ja da oben raus und dann muss man den ja noch mal irgendwie fangen oder wie wie kommen wir denn da hin so jetzt kommt er wieder und dann kommt er da oben raus also okay jetzt muss ich hier wahrscheinlich mir ein portal machen gelb und ich muss mir wahrscheinlich eins daneben machen bei dir rot ach du musst ne denke ich mal so ach ja du musst bei zwei rausfliegen so also du fliegst dagegen ja warte ich muss ich fliege ja hier so und jetzt ist jetzt fliege ich mal scheiße du bist da ganz da drüben okay mist was gibt es denn da was gibt es denn da ich komme mal mit rüber ich will auch gucken aha hier gibt es noch ein portal also beziehungsweise ne was steht hier gel flow okay ich lasse mein portal jetzt da und gehe mit dem roten wieder rüber warte okay äh wo bin ich jetzt boah optik ähm hallo ach so hier unten okay ah no oh mein gott what happened ich bin runtergefallen falsche richtung schätze ja genau falsche richtung hilfe okay okay also ich muss nochmal hier oben raus so also du müsstest aber im endeffekt genauso beim ne beim weg hier rüber ähm also ihn dann abfangen den würfel der schwebt ja glaube ich wir können ja mal gucken wie der sich verhält ich glaube der schwebt ja ein bisschen in der luft oder ja genau aber wir müssen halt gucken wie verhält sich das genau jetzt kommst du da überhaupt ran ne ja ich komm ran aber ich hab ihn nicht gekriegt ähm okay da hinten hab ich das rote portal dann setze ich hier das gelbe schwupps okay also kannst du dein portal was du hier unten hast ein bisschen ein stückchen weiter nach rechts schieben ich probier's ne okay gut kein problem ähm dann ich probier's nochmal so bei bing na das war zu spät mhm okay dann komm ich nochmal rüber ja das ist ja blöd dass man dann immer die portale umsetzen muss irgendwie ähm ich glaube ich muss bei zwei losgehen und du musst dein portal nochmal setzen ach verdammt so also dann und tschüss ich spring jetzt bei zwei und bäm ja ich hab ihn hervorragend du bist so toll warte warte ich setze den gerade ab und mach mein portal ja und komm jetzt mit dem teil hier durch so hervorragend juhu dann würde ich dir mal sagen der muss hier hin ähm hier so ja hier so da so und dann muss ich da hinten so genau und dann so rüber da ne so zielen genau ups ne warte ne ja genau und jetzt musst du irgendwas machen weil ich muss den ja halten ja aber was hat sich irgendwas verändert ja der ventilator da hinten hat aufgehört der große und was noch punkt der dreht halt nicht mehr wenn ich den jetzt abschließe dann dreht der wieder ne geh mal da hinten du kannst da hinten ja auch noch ne Treppe weiter ne ne die ist hier unten zu Ende die Treppe ist hier zu Ende die ist abgerissen ähm warte ich ähm ich tu mal eben ab so tu mal so tun genau was haben wir denn hier das heißt wir wir wo müssen wir denn ah halt 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 nein 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 warte mal ähm ah ok hier geht es also nicht durch gut kannst du da hinten ähm ja wo der ventilator läuft es sei noch dahinter noch irgendwas wo wir uns hinporten können sehe ich nicht aber nimm mal bitte deinen deinen Würfel ja und schieb den mal hier auf diese rot auf diese orange Markierung hier auf diese hier ok ja so guck mal jetzt geht der Laserstrahl nämlich durch mein Portal hier oben aber der 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 an dem an dem äh an der Ventilator umrandung da ein bisschen rum also hat er eigentlich auch keinen richtigen Einfluss ja wo müsste der denn eigentlich hin naja der der muss schon hier hin dass er hier den den Laser hier unten äh den Ventilator aufhält kann ich mir anders nicht vorstellen weil hier kann er nichts machen der muss schon irgendwie aber dann ach ok warte mal vor allem wo kommt denn dann diese Warnbeleuchtung hier wo geht's denn hier hin ist das dasselbe aha aha kannst du mir mal einen Gefallen tun bitte ja kannst du mal hier auf diese Wand dein rotes Portal setzen bitte ja danke so jetzt sind wir nämlich hier drüben aber wir müssen da hinten in der Portal Ding rein ja aber das ich hab hier grad nochmal geguckt ich glaube nicht dass hier noch irgendwas passiert ich glaube man musste hier nur rüber kommen um den äh um den Würfel zu fangen denke ich mir jetzt mal wenn ich jetzt wenn wir den Würfel jetzt da hinten rüber stellen also wenn wir den Würfel jetzt hier rüber stellen dann hört der Ventilator auf und wenn wir den hier rüber stellen Vorsicht ja dann würde der aus einem Portal rauskommen genau und der kommt jetzt aus welchem Portal raus warte mal wir machen das mal ja das muss ja mein gelbes dann sein ne oder dein blaues guck mal jetzt geht er hier der trifft ja noch nicht mal diesen diesen Punkt hier oben also diesen Knopf siehst du das ja genau aber den Knopf brauchen wir ja ups sorry den Knopf brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht mehr nee warte mal so oder ist hier unten irgendwie noch was wo wir hin können warte ich geh mal eben hier runter tut sich da noch was nee ne ich guck mal eben ob wir hier unten irgendwie wohin kommen wo wir hin müssen warte ob ich hier irgendwas sehe nee so gar nix ey da ist überhaupt nix ne nee da sind nur irgendwelche komischen vergilbten Wände als hätte hier die Raucher keine Ahnung die Raucher Society gedacht keine Ahnung warte ich komm mal komm mal wieder hoch nee machen kannst du hier so gar nix Moment und das den muss ja auch irgendwie einer halten weil ansonsten würde der ja oh was machst du denn da gerade ja ich hab halt gedacht man muss hier durch das Portal hier und dann in das Haus darüber lasern aber macht auch nix ne macht gar nix ich glaub du musst wirklich dahin lasern und dann hört der auf jetzt warte mal eben lass den mal eben da stehen gibt denn da hinten irgendwas Vorsicht die Leiter ist abgebrochen nicht dass du da wieder äh ne in die ewigen Jagdgründe und so ja ja ähm da hinten die Leiter ist abgebrochen aber kommen wir denn da irgendwie hoch kommen wir irgendwo hin ne kommen wir nicht ups ups ich geh mal eben hier die Leiter runter mhm guck mal eben ob wir hier weiter kommen aber da kommen wir auch nirgendwo hin da ist nix mehr was ist denn das für ein Kappes hier ey aber schönes Rot hast du da unten gehabt eben voll hat Kappes Level kannst du ach ne du kannst ja nicht durchs Glas da hinten schießen ne ne ich bin auch gerade hier am versuchen aber da geht so gar nix kannst du an die Wand da wo diese beiden Röhren reinmünden ne da bei dem Haus quasi ja kannst du da versuchen irgendwie ein Portal hinzukriegen ne das sieht nicht so aus mhm was ich schon fast meine ist dass wir warte ich setz hier mal eben Portal ich setz hier mal eben Portal ähm ah das funkt ja auch wieder da oben hin ne mhm das hatte ich schon probiert genau aber das bringt nix ne das damit triffst du leider nur den den Kranz was ist wenn denn wenn wir den Laser hier hin umleiten da geht er nach da oben da geht er nach da oben und hier hin wo geht er da hin da geht er da hin ja ist auch mal wieder so ne leckere kleine Aufgabe ne jup wo man denkt so kacke wir kommen nicht weiter ne da kommst du echt nicht weiter aber da musst du ja irgendwie rumgehen warte mal guck mal hier hinten wenn ich das wenn ich das eine Rohr hier betrachte das lange was hier links an der Seite entlang geht ne ja da steht doch auch irgendwas von so ein Pfeil nach oben ja mit Gel irgendwas wahrscheinlich ne mhm Gelflow oder was da drauf steht ich kann auch nirgendwo irgendwie ein Portal setzen das geht gar nicht mhm da hinten also ich glaube fast echt wir müssen das Teil hier nochmal nehmen und hier hinsetzen so und dann ist genau der Ventilator geht dann aus und ähm was passiert wenn der Ventilator ausgeht kannst du noch irgendwie was finden auch in dem kleinen Gebäude wo wir waren wo der wo der ähm genau hier links hm beziehungsweise da hinten wo der ähm Cubic äh gespawnt ist ist da noch irgendwas oder öffnet sich da irgendwas schau wow schau mal also ich probier jetzt einfach nochmal auf diesen Knopf zu springen ist da jetzt Wurst ich mein ne ja und wie sie sehen sehen sie nichts sehen sie nichts nein dann probier ich es hier oben nochmal bei dem bei Nummer zwei warte mal eben ähm kannst du denn ja ist es möglich da hinten rüber ähm zu fliegen wo der das Teil jetzt momentan ist indem du dir hier ein Portal baust und ähm hier genau und dann irgendwie ähm Dings generierst nach unten ja kann ich um da rüber rüber zu fliegen du bist gut Billy und ich halte den Ventilator an genau und du fliegst da rüber so müssen wir das auch tun aber ich weiß nicht was da unten ist ob du da unten irgendwie noch eine Plattform hast wo du runterspringen kannst damit du die oh hallo hallo du bist da hinten hallo ich bin hier ich sitze hier vor meinem Bildschirm wieder am Winken genau geilo ähm ja und jetzt jetzt habe ich hier hinten was stehen Authorized Personal Only nein jetzt bin ich hier unten na Gagelsnack jetzt bin ich hier runtergefallen scheiße das ist doch nicht wahr oder ja egal aber wir wissen jetzt wie es geht ist doch geil warte ich muss mal eben nochmal das Ding hier wieder ausmachen huch du bist tot ne ja musste ich oh ok genau aber das hat funktioniert ne ach wie geil ist das denn das war jetzt echt nur voll die Vermutung hast du richtig gut vermutet also ja geil die weibliche Hütchen ab weibliche Intuition wieder ne Hütchen ab jo so ich gehe jetzt mal hier hinten da ist nämlich so ein Authorized Personal Only ja mit so einem Wachdings ja jetzt könntest du ja beobachten quasi ne wie mache ich das nochmal bei mir ist das Y auf dem Gamepad äh ne warte mal F äh ja genau F ne F hast du mir jetzt irgendwas hingehauen hoch mit F kann ich Countdown und ne kann ich jetzt auch nicht was wie ist denn das nochmal hier äh mit Q kann ich ja die ganzen Gesten machen äh weiß ich jetzt gerade nicht muss ich nachher nochmal nachgucken dann kriegst du ja gar nicht mit was ich jetzt Tolles mache ne eben willst du warte mal sag ich guck mal für dich guck mal für mich Optionen Tastatur Maus Tastatur Tastaturbelegung ändern ähm Sicht des Partners wäre Tabulator ach mein Gott ich pümmel ja genau jetzt seh ich dich alles klar ok guck mal was ich hier habe Fan Shutdown jo genau das heißt damit ich damit du den gleichen Weg gehen kannst ja ähm so their lives are in our hands ok ähm ach jetzt bin ich hier drüben ah you make work with robots but you can't take a bullet like one wie geil ach da hinten bist du ja ich seh dich ich seh dich ach guck mal jetzt kann ich dir hier sogar ein Portal aufmachen ok warte mal ja scheiße geht ja nicht ich kann dir doch kein Portal aufmachen ja du kommst von da nicht rüber ne ja weil da wieder so ein Dings ist so ein so eine Wand so jetzt muss ich hier versuchen halt mal bitte den lass mal den Laser los also senkt den äh den Würfel senkt den mal ab ja genau jetzt geht der Fan natürlich wieder los ne so genau aber irgendwie kann ich mit dem leider nichts machen vielleicht müsste ich hier irgendwas finden also irgendwie musst du hier rüber kommen zu mir ja ok jetzt muss ich hier nochmal gucken ob es in diesem Würfel noch irgendwas gibt in dieser Würfelkammer ok jetzt bist du auf der Rückseite von dem Fan ne ja genau und ich bin hier hinten alles klar ok wenn ich jetzt aber hier durchgehe ist ja wieder alles weg ja warte mal gerade kurz ich muss hier aber glaube ich irgendwas nehmen weiß es nicht lass mal lass mal bitte den Würfel los hab ich dass ich es ja drehe weil irgendwie muss ich ja von hier das auch machen können aber er sagt nee der Computer sagt nein reinschießen geht nicht liegt denn hier irgendwas rum sonst ich versuche nochmal gerade eben was hier ist es dunkel wie im Sack übrigens das geht auch nicht sonst ähm shit ähm ich glaube du hättest bevor du rüber gehst dir hier an diesen an diesen Wänden hier guckst siehst du mich ja hier an diesen Wänden ein Portal machen müssen ja für weißt du und dann da hinten ein Portal damit du den Würfel umleiten kannst dann hätte ich nämlich hier den Würfel in dieses Portal leiten können so ja und dann das Teil umleiten äh aber wo sollte der denn hin kriegen wir das jetzt hin ne wo was befindet sich denn äh hinter dem genau bei dem genau die Rückseite von dem Teil wo du ja drehe ich nochmal eben nach rechts ein bisschen genau da gegenüber befindet sich ja auch eine weiße Wand ne von dem äh wo der wo der eigentlich rein zielen sollte dann ja so ja aber ich wenn ich hier habe ich hier siehst du diese Wand mhm ja wenn ich da durchgehe ist ja hier wieder alles hinüber mit irgendwelchen Portalen ja genau das heißt die müsste ich hier eigentlich machen oder geht das dann weiter ne nee nee ne mhm warte mal gerade wo ist denn dein Ursprungsportal ist weg ne das ist weg jetzt ja warte ähm dein Ursprungsportal ist weg Moment also hier ist kommt da bei dir irgendwas raus ne ne nö der ist hier oben wieder an dieser Einrandung ah ok ist der Laser wenn ich mir mal so die Uhr angucke sind wir eigentlich auch schon drüber oder fertig sogar schon ja ok dann müssen wir jetzt nochmal in der nächsten Folge gucken wo wir hier weiterkommen oder wie wir hier weiterkommen dann machen wir ein getrenntes Folgenende hallo ich seh dich hier da hinten hüpfe ich ja ich hier hallo das sieht so geil aus schön mit deinem Laser und ich da hinten hinter der hinter der Sicherheit hinter dem Sicherheitsglas genau ich kann dich ja auch mal lasern eben ja bitte steh ich drauf ne geh nicht geh nicht ja gut dann oh mein Gott so weit voneinander getrennt doch so nah sprich die entscheidenden Worte ja genau also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder liebe Leute wir müssen mal gucken wie wir hier weiterkommen weil wir haben gerade so gar keinen Plan richtig richtig und da gucken wir wie wir weiterkommen können ne genau da machen wir da gucken wir nicht die Folge ob da weitergeht oder wie da weitergeht nicht genau also bis dahin bitte dann alles Gute ne und dann machen wir gut mal bitte dann ja tschüss tschüss